Hast du dich erkältet? Nein, im Kühlschrank fand ich gut. Allein schaffe ich das nicht. Musst du ja auch nicht. Ich bin ja nicht die Einzige, die den Traktor fahren kann. Aber Anne fährt morgen wieder. Bleib doch einfach noch ein bisschen länger. Anne! Was ist denn jetzt wieder los? Weißt du, was sie hat? Weißt du, was sie hat? I would like to go with my boss on a hiking tour. You see, my boss, he's an excited mountaineer. And then we'd climb higher and higher and reach the top, way below the glacier. And then I'd push him. There. Off he falls. Screaming out my name. But I think we're done screaming out my name. I see you again.